Herzlich Willkommen zu PUBG Wir sind jetzt auf der Ja wir sind jetzt hier auf der neuen Map Leute Du bist jetzt direkt im Sturz Müllos Nee Weil du die Tasten runter gedrückt hast dann Ich hab gar nichts gedrückt Du bist da hinten Es hat sich vieles verändert In PUBG Die Fluganimation auf jeden Fall finde ich jetzt hier Ja vor allen Dingen Der Sound von der Fluganimation ist auch anders Oder sie wird auf dem Dach gelandet und er bewegt sich auch scheiße Wollen wir wirklich hier landen? Ich hab jetzt keine andere Wahl als dort zu landen Ah klar Ich bin noch nicht mal gelandet Ich kann mich schon locker mit dem Flugabfallern Du musst ja Knarre sein Ah Schöne Wolle gemacht hab ich Ja hier ist auf jeden Fall alles neu Kevillis mit natürlich am Sturz Hallo Ich hab hier kleine Framelacks was sollen dort hier Mir fehlt hier auch die Wand und so Mir fehlen hier teils Dings Wirklich äh hier Weißt schon Junkdinge Textoren Ja Textoren und Junkdinge Wir teils wirklich hier ist echt Scheißspiel Das war ne Scheiße Was ist denn hier los auf einmal Das ist ne neue Map weiße das ist halt scheiße Die Mausgeschwindigkeit wurde auch erhöht Geil Langsamer drehen Ne Das sind zwei Er ist auf die Mitte Ich hab hier Keine Ahnung weil die Map Zocken wir wirklich beide zum ersten Mal Und ähm Wir sagen es mal so Ganz vorsichtig ausgesorgt Wir können hart verkacken Können wir werden hart verkacken Und ich will mich bei dir Stopp Ich jetzt Ja teilweise Wenn ich lauter rede Wenn ich zu laut rede Alles klar Ich brauch mal Im Rucksack mal Eine Knarre Weste Irgendwas Was mich schützt Oh Stockwerk sind Waffen Äh Rucksack gemeint Oh Keine OMP Ah Militär Weste Stufe 3 Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Ich hab nach Schutz geschrieben Jetzt hab ich Schutz Alter Im Stufe 2 Und Rucksack Stufe 3 Jetzt hab ich ihn am Stessel Mach's Hilfe Ja Jupp Ein bisschen Ich versuche mich am besten wieder da runter zu kommen Na hallo Ich dich gerne mit Warte durch Nick lass ich komme Komme ich da hoch Er ist tot Er ist tot Er ist tot ja Und er ist tot Sein teammate Sein teammate Sein teammate Ich bin auch tot Die stehen draußen ja Der steht draußen Da um Nächstes gesehen Oh Kack Mausgeschwindigkeit alter Mann Warum ist die denn so schnell eingestellt worden Bei mir ist alles ok Ja ich hab die ich hab die ich hab die ich hab die nur leicht nach unten gezogen Die Mauswörter Wupp Direkt unten gewesen Ist doch zum Pusen Ahhhh Direkt verkackt In der ersten Runde Ziemlich strange Weiß ich hab der vor dem ausgeschwindigkeit eingestellt Weil es zu langsam war Und jetzt haben wir sie wieder einstellen Weil es so scheiße schnell ist Es ist echt zum kotzen Ganz echt gerne Äh Ich hätte mich die Einstellung gerne so lassen können Mann Ich hab Nichts an der Einstellung Bei mir gemerkt Ich muss jetzt Ja Guck mal hier Der Einstellung der vertikalen Geschwindigkeit Das ist eben 40 Der Geschwindigkeit Haben sich mit meiner Fange verdoppelt Was soll denn das scheiß hier Ist vorher langsamer gehabt Strange Ganz ganz strange Aua Anwenden Schließen So Zum Dreck einfach nur Oh Direkt reingekommen gute erste runde gescheitert passiert kleine schwierigkeiten hatten wir ja kleine schwierigkeiten sagte er für kleine schwierigkeiten würde ich mal so sagen auch mensch ist ja eine schöne stadt hier ich hab dir erstmal ein schneeball in die fresse ich bleibe jetzt nicht dran haften dein ganzes gesicht ist verdeckt schade mann das ist nervig 25 Sekunden hast du ach jetzt komm ich so aber echt die doppelte ja wieso ist das eigentlich so das war ja vorher noch nicht so ich weiß es nicht wir können eigentlich zwischen nach unten werfen restlich die kann hatten das sind das ist das snow kann hatten bei mir war flugzeug verpackt ja ich dachte ein ganz kurzer moment dahinten die berge sind unsere gehäuse und so ein wo wir looten und so wo springen wir raus da 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 i don't know hier oder hier hier wie wärst du hier ja können wir auch machen na klar alle klar ok da fliegt ein bisschen schneller ich bin jetzt bei 226 kmh 228 229 227 und weiter fliegen zumindest kann man weiter fliegen mal hin mal hin alter ich habe framelacks beim beim wenn er den fallschirm zuckt bei mir auch aber der fallschirm hat jetzt auch diese komische flatter animation wenn das halt der wind durch geht na stimmt darin haben sie gedacht ja aber nicht an die bugs aber wie sich die leute dabei fühlen wenn sie äh wenn man siegerposen rein macht ja ne scheune schalte einfach das große geil ist ja alles schön und gut aber ich finde schrubflinte und dann liegt daneben ein zweier für den scope gibt mir ne waffe wo ich was drauf packen kann ja also mit ne faust das kann man schon mal für die reichweite arbeiten ja komm mal hier liegt da schon mal was alles klar ich hab jetzt auch ne schrofen die gefunden wo ein 3er scope nehmen kann hier machen wir das ding dran ach schon mal ein drauf pack oh ich hab die scorpion hast du dich geschaffen ne ich bin aber in der nähe ich hab aber ne scorpion ja klingt der sehr nahe hm äh hm ne überdimensionale etagelampe mit 30 danke ich würde gerne noch eine weste finden da liegt die weste und charlie brauche ich auch nicht hier liegt auch im rucksack habe ich auch zu lügen also eigentlich guten stoff von der ausrüstung her energie auf die fenster kaputt zu machen hier sind voll viele umb es ach so hat der fuck das sagt auswiesen alle klar ja ich weiß nicht da hin warte mal sind was sind diese karte hier sind welche genau da sind welche da weiß ich da sind welche gelandet ja da sind welche gelandet dass sie in kleine hütte gehen da ich hab die scheiße jetzt auf die stelle ist in der ak niklas guck dir den airdrop an was sind die da oben ist lau da guck mal hier komm mal rein die nehm ich gerne ne beriel die nehm ich dort noch mehr noch viel viel gerne da komm mal pass auf hier gibt nur ein dreier skop für dich hier hingelegt ich weiß auch die maschine dass du nicht mit dem beriel komm mal da oh du brauchst einen rotpunkt was willst du denn mehr ich will gern beides ah dann gebe ich dir den rotpunkt in den dreier skop einen dreier bis ich habe ich aber schon das ist ein zweier skop wieso packe ich den zweier skop hin so gib mir ein dreier skop mach ich mal hier durch im fett sack wo ist denn der drop der ist irgendwo dahinten gelandet äh naja ich hab noch mal die mädelchen zu stoppen ich hab ihnen gesagt wir dann ins fernen halt wo sind die beim auto na wo lol oh beim auto komm rein als habt ihr mich direkt ich G36 hatte äh ja 300 30 ungefähr naja ist sie ihn der kommt hergerahmt echt ja der kommt her ich halte mich mal kurz naja die kommen heute die rennen von stein zu stein gerade was nehmen wir aus dem stein naja der kommt hergefahren ich weiß nicht ob die irgendwie durchbrettern können ich glaube nicht wir werden es gleich erfahren wir werden es gleich erfahren ja klar was hast du medkat genommen danke dir ich bin ausgestiegen ich bin mit der weihnachtsmitze hier der eine fahrt weg der eine fährt weg ja warte da ist aber trotzdem noch einer Ja, der wurde ausgenockt, oder? Ne, der wird gehittet, jawohl, der wird beschossen von jemand anderem, die werden grad gewernt. Ja, nice. Und der fährt weg. Manchmal hat's abwarten, eine gute Taktik. Ja klar, lass den Erzohne noch hier bleiben, oder? So, ich mein, keiner dabei, ne? Ich würde zwar schon gern ein bisschen besseres Bier und nen Helm, aber naja, kann ich alles haben. Weißt du, allein beim Zugucken hier, wird mir kalt. Ich will halt auch nicht rausgehen, ich weiß nicht, ob der Typ da schon, also wieder rausgegangen ist. Was da reingegangen ist, weißt du? Das war einfach da, das Weg, und da hinten hat heftig geballert. Ich hab grad'n Auto. Ich schieß'n Auto den Berg hoch, siehst du das? Nein. Soll ich drauf schießen? Oh, ich kann ja nicht drüber schießen. Wow. Okay, der ist eh weg. Dauerfeuer. Siehst du jemanden? Ich höre zumindest nicht für Börder. Also, ich hab' komplett ruhig gekommen. Ah, da hinten sehe ich jemanden, weil, im Westen war, ist grad einer gelatscht. Mal versuchen, hier hochzugehen zu den Häusern. Da oben läuft auch einer, guck mal. Egal, lass mal ruhig zu den Häusern hochzugehen. Da hat man wenigstens bessere Deckung. Ist recht. Da links ist einer. Hinter uns, oder vor uns? Der ist hinter uns. Der hat richtig Feuer auf mich. Also, der kann ja richtig gut schießen auf mich. Warum er das nicht tut, weiß ich nicht. Vielleicht hat er dich nicht gesehen. Guck mal, Nick, hast du eine Weste für dich? Er hat mich angeguckt, ich hab' ihn angeguckt. Sagen wir so. Vielleicht wollt' er einfach nicht. Ist ein netter Typ. Vielleicht wollt' er ja keine Aufparkserquette aufs Licht ziehen. Das machen wir ja auch manchmal. Einfach nicht schießen. Was haben wir denn jetzt noch? Oh, Primo, das finde ich gerne. Ich würd grad sagen, was das für eine komische Knabe dabei ist. Oh, es liegen zwei Brabfahrer, Nicklas. Gönn dir eine. Oh, die legt noch ein Zweier hin. Gönn dir. Oh, das hat's doch noch mal gelohnt, hier herzulaufen. Komm, verdammt ein Stein. Oh. Wo? Oh. Oh. Oh, das hat's doch noch mal gelohnt, hierherzulaufen. Oh, ich seh' den AirDrop. Wo ist'n der? Wohin? Hast'n noch grad geschossen, Nicklas? 100. Der AirDrop. 100? Ja. Das ist der AirDrop, ja, aber der Typ, der ist entweder in den Stein jetzt. Aber der ist 120 lang gelaufen dort. Ah. Der ist hinter den Wädern jetzt, hinter den Bäumen oder so irgendwo. Oh. Oh. Wo denn? Bei 110 läuft der gerade. Ich seh'n aber nicht mehr. Ah, da. Ah, da. Ah, okay, da läuft's gut. Äußern. Scheiße, verfehlt. Oh. Wir sind fast in den Schuss reingelaufen, Alter. Ja, das bist du wirklich. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ich meine, die Zone ist ja nicht weit weg. Na, danke. Bitte. Ich geh mal kurz in die Hütte, hier rein. Da liegt auch noch ein zweier Helm. Oh, molly. Oh, man war Schneespuren. Oh, hier ist jemand gestorben. Oh. Das waren wahrscheinlich die Schüsse, die vorhin da waren. Ne. Lord, was ist das denn? Was ist was denn? Guck mal meinen Helm an. Liegt ein zweier Visier. Lord, das ist ein Einser Helm oder nicht? Das ist ein Einser Helm, ja. Hier ist noch einer gestorben. Oh, dann guck mal rein, wo ich glaube immer was witzig ist. Was ist denn das hier? Ein Zweierrucksack, hast du einen Zweierrucksack? Äh, ne. Den nehm ich aber. Den nehm ich mir dann gerne. Oh, hier hat er mal gute Sicht, Alter. Nice. Ich guck mal in der anderen Reihe auf das. Ich glaube, es war ja nicht, dass jemand auch den Zweier mit dem Westen liegen lassen hat. Das Problem ist, müssen laufen. Ja, ich weiß aber, wir müssen da laufen. Da kommen die gewisse Häuser ruhig alle mitnehmen, wenn ich möchte. Energy. Kann man immer gebrauchen. Geil. Oh, ich hab einen Laseraufsatz. Oh ja, hier ist noch eine Zweier, wäre sehr geil. Da kann man mitnehmen. Die beiden sind scharf. Das ist ein Magazin. Nehm ich auch gerne. Da kann ich was... Da kann ich was... Da ist ein Holo. Okay, drüben ist der Dämpfer. Schalldämpfer. 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 Ich weiß, dass die Waffen jetzt gerade, glaube ich. Ne, ich hab meine 16e nicht geschaltet. Achso. Ich hab meine Beryl ist geschaltet. Ich hab die 6e nicht gefunden gehabt. Wurde ich noch weiß dann da vorne am Fluss gehen? Am See gehen? Am eingefrorenen? Oder... Ja, das zu auffällig ist. Ja, das zu auffällig ist. Ja, das zu auffällig ist. Was sagt denn die Zone überhaupt? Ach du Scheiße. Also hier ungefähr. Wir sind schon drin in der Zone, also. Ja, ich weiß aber. Ich meinte jetzt, bevor das enden könnte. Achso. Kann das einfach mal hier reingehen, oder? Ja. So glaub ich kann nicht richtig gehen. Ich glaub die Türen sind sogar noch zu. Also könnte eine gute Chance haben, was da was ist. Es kann natürlich auch sein, dass hier einfach die zugemacht haben. Genau. Es kann auch sein, ob die Türen sind. Ich kenn... Schau mal den Kopf. Ich kenn nur uns, die so den, die so machen. Alle Türen zu. Hier ist noch Energy. Gebrochen, ja. Molly. Okay, ich hab so viel mit M60 Munition. Äh. M-P Munition. Oh. Oh. Ja, den nehm ich. Die Munition zumindest. Ja, den nehm ich auch, die Munition. Oh, ich ist ne AK. Guck mal, ich ist ne AK. Leute, man hat voll den Blick auf die Stadt. Und ich hab mich immer noch doppelt bei dir. Was soll das? Da kann ich nix gegen machen. Ich freu es, alles gut. Aber liebe Zuschauer, seid ihr meine Folge um mich doppeltörend, dann legt das an Kevin. Beziehungsweise ein Mikrofon, warum auch immer. Hat vorher alles funktioniert wie sonst was. Das Discord hat dann wieder dran stehen. Die einzige Erklärung. Das ist jemand. Hm. Wir werden verständlich in den Häusern drin sein. Na guck mal, wir können sogar noch hier bleiben. Das ist ja gerade. Katzensprung entfernt. Ich glaub, dass wir in der Stadt enden, so wie das aussieht. Da hinten brennt ein Auto. Und da ist halt boom. Alter, cut. Ich hab zum ersten Mal auf die Zahl geguckt, wie viel noch leben. Alter, guck dir das mal an. 29. Alter, die jobnet ziemlich schnell. Gesundheit. Hä? Ich hab nicht genießt. Mein Charakter hat genießt. Gut. Hab ich mir auch grad gedacht, hä? Was macht der da? Oh nein. Was denn? Der Helm und die Dinge, wo ich aufgesammelt hab, waren beschädigt. Aber die Rüstung lag noch frisch auf dem Boden. Nein, gar nicht. Nein, zwei Rüstungen. Da oben ist die Tür offen. Da drüben steht Motorrad. Aber das hab ich auch schon gesehen. Es wird mehr links geschossen. Ansonsten seh ich einfach ja nichts mehr. Hier. Naja, es wird auch mehr links geballert von uns. Ich mein, wir könnten versuchen, über den eingeforenen Fluss zu rennen und halt mit eins zur Stadt laufen. Das sollten wir machen. Das war zur Vorschlag. Können Schlittschuh fahren. Ach du Scheiße, lass mal über den Stand gehen hier. Unglaublich, dass die Charaktere bei dem Rennen nicht ausrutschen. Ja. Pass auf, wir jetzt gleich kurz vom Ende machen. Die jetzt auch einwührendes Niesen drin ist. Dann rutschen die hier auch raus. Lass sie einfach ans Krüne hier gehen, oder? Ja. Nehmen wir mal ne Nahkampfhaffe mit. Sehen wir, was uns heißt hier ballern. Oh. Oh. Okay. Was denn? Mir scheint noch nichts gelütet zu sein. Oh, die für uns. Das ist für die. Ich hab keine Pistole für mich grad auf. Den nehm ich mal mit. Hehehe. Da ist denn vorher, wo wir da angefangen haben, hab ich nen Haufen Skorpions gesehen. Ich nehm einfach keine davon mit. Schalldämpfer für den Sniper weiß man auch. Was lustiger ist. Haben die, kommen die Leute jetzt von hier, von der Seite? Ja, gut. Mann, die scheiß Zone, Alter. Da ist echt aufm Keks so langsam. Sie sind schon wieder direkt verkleinert. Nur drei Sekunden Zeit, Niklas. Wir müssen los. Wie, nur drei Sekunden Zeit? 30 Sekunden Zeit gerade. Achso. Zum nächsten Punkt zu kommen, Alter. Ja. Wie schnell geht denn das auf einmal? Nice. Ich weiß zwar schon, dass die Zeit ziemlich hart droppt. Nach den meisten Phasen aber so hart. Das lustige. Jetzt sind da halt noch 19 am Leben. Also der jetzt von uns abgezählt. Mhm. Das eine hat keinen Mate mehr. Oder zwei, wie nach dem. Nehmen wir die Häusergruppe hier gleich links? Ja, da werden wir zwar nicht lange dran bleiben können, aber ja, besser als nichts. Wie ist Nico, ist einfach von Haus zu Haus. Schneemobil. Zu den Häusern, Niklas. Zu den Häusern. Das kommt nicht näher. Nehmen wir das Haus? Egal, irgendein Haus. Geh rein. Hier, nehm das hier. Leil. 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 Das ist ein Dreier-Rucksack einfach mal. Da kommt ein Auto von unten. Hm. Unterhalb. Da. Den ist ja ziemlich oft man. Oh, wo kommt der denn? 20. Ich glaub außerhalb des Spielbereichs. Oh. Der Max. Der Max. Ist da rot. Das Auto ist gleich auf den Kopf ausgegangen. Ich glaub das war der. Ja. Oh Mann ey. Ohn cheststone. Jetzt können wir uns schon mal sicher sein, dass hinter uns nichts ist. Oh Gott. Wir müssen direkt laufen. Guck mal wo ich markiert habe. Ungefähr. Endert das halt wirklich. Boah. Alter. Wie nice das denn? Für immer was ist das für ne Waffe. Das ist eng, wie ein Schraubbind oder so. Oh da hinten. Da hinten. Lass mal laufen Niklas. Ich glaub der hat genug Probleme jetzt. Oh. 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 Okay. Wir haben den aus der Dicke geschossen. Der wurde voll zerrissen. Oh Mann. Oh Mann. Ach so scheiße. Alter. Snowboard. Ey. Wir wünschen wir jetzt hier einen Snowboard ey. Wo gehen wir da am besten hin? Keine Ahnung. Kleine Hütte hier rechts. Das ist ein L-Trop. Kleine Hütte rechts. Wir können auch versuchen die Mitte zu erreichen. Diese Häusergruppe in der Mitte. Ja lass gehen. Aber ich geh hier runter. Weil wenn die hinter uns still sind. Mhm. Dann laufen die jetzt auch gerade da lang. Das war nicht gesund Niklas. Das war's glaub ich nie. Entschuldigung. Die ist auch hinter dem Stein entlang. So. Durchs Fenster? Durchs Fenster und durchs Suchen. Ob hier da jemand drin ist. Zugriff. Ich bin daneben gesprungen. Nein. Oh Gott. Tutu. 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 Hier war jemand. Ich geh jetzt nach oben. Okay. Okay. Hier ist es frei. Jetzt sind wir hier unten auch frei. Hier ist ein 6er Visier. Ne ein 2er. Sorry. Komm mal hoch. Hier sind zwei 2er Visiere. Wir hoffen das im Haus gegenüber. Ja Niklas hier liegt ein Skop. Brauch ich nicht. Hier liegt eine G36 ohne. Hier zu. Ach man. Ist das traurig. Wir bleiben jetzt erstmal hier oder? Nein. Wir bleiben nicht hier. Doch wir gehen einfach ins Haus nebenan. Was geht es Niklas? Das sind taushebenan. Und Tür zu stießen. Ganz schnell. Mach zu. Okay. Hier ist eine automatische Shotgun oder das ist ja nicht. Hast du dich suchen? Hast du dich suchen? Hast du dich suchen? Hast du dich suchen? Ich geh die Treppen hoch. Die anderen Türen alle zu. Ich hab eine 2er Rüstung übrigens gefunden. Okay. Energy. Hast du auch eine 2er Rüstung? Ja die wird ein bisschen kaputt aber egal. Hier ist eine neue. Okay. Holten die. Das war ja wie sie hier. Oh geil. Ein Griff. Brauchst du einen Griff? Hab ich schon. Bisschen ich hab einen Grundpunkt. Äh kein Grundpunkt sondern Laser. Ich mag die Lasers irgendwie hier. Die sind halt gut für. Wie kannst du die Hüfte feuern? Mhm. Hier sind es 30 Spiele noch und die ist eine Rückdompfe. Mhm. Und die Zone wird uns auch gleich verlassen. Goodbye. Mögelover. Ey hier im Haus. Hier im Haus. Im Nebenhaus hier 210. Da in diesem Haus ist jemand drin. War gerade auf dem Balkon zu sehen. Probier gerade drin. Ne nicht da. Der neben. Das neben Haus. Ach da. Der da. Genau. Da war jemand drin oder? Kann sein dass er zu uns kommt. Kann sein dass er zu uns kommt. Sie haben jetzt einen Mokro jemand geworfen? Mhm. Rechts von uns. Von berg oben aus wird geschossen. Boah. Ich sehe jemanden oben im Haus. Im Kohlelager. Saß gerade einer. Ich habe den Typen hier nicht rauerspazieren sehen. Ich würde ihn auch hören wenn er hier rein kommen würde. noch elf im Leben. noch elf im Leben. oh es bin aber echt langsam kalt. Schütter Hier ist jemand Kommt was Hallo wo sind die coole lage hast du gesagt ja ja oben im fenster habe ich eigentlich gesagt bei 75 gott wir müssen uns bewegen die zone oh mensch hallo pass auf hier unten ich weiß nämlich wurde nicht unser freund hier der im fenster war na danke wir müssen leider in den kohlewerk rein oder mitten durch weil die werden da bestimmt erkennen würde ich auch machen an der stelle ne die sind weiter gelaufen natürlich können wir ein bisschen los können wir stehen auf den bergen drauf vielleicht können wir hier an die ecke vom haus gehen vielleicht hilft uns das ich gehe hier am stein hin auf mich wird auch geschossen am stein oben von hinten nein ich bin tot von hinter mir 145 da läuft er jetzt lang kommt er zu dir ne der läuft hier zu dir in die richtung das hat mir vorbeigelebt oben am stein ist da auch jemand nein wo war kam denn der kam von hinter mir rein so ein arg und der stirbt ja er ist aufgestorben immerhin tja ahhh dammit Hauptmenü ja gut ich würde sagen das waren mal schöne ice maps äh ich würde sagen wir machen die nächste folge auf einer anderen map oder jo und damit es dir ein bisschen abwechslung ist bedanke mich viel mehr für zuschauen wir sehen uns bei der nächsten folge PUBG wieder das heißt dann in zwei tagen find's dann haut rein ciao ciao go Vielen Dank.